Ich bin jetzt hier wieder bei einem Grundstück. Das ist ein altes Sägewerk. Man sieht es hier schon. Das alte Sägewerk ist das hier. Da machen wir aber nicht mehr viel. Was geht hinter? Da wo der Röhrerit gestorben ist. Das war schon mal da. Da haben sie auch so einen Hochbach. Hier ist ein richtiger Wildniff. Wir sind in der Isen. Gibt es ja von München Dörfen. Isen da hinten. Da haben wir sie irgendwo hin. Ah, hier ist schon Schluss. Ich weiß auch nicht, wo das jetzt kommt. Ich glaube rechts davon. Das ist das andere Teil hier. Absolute Wildnis. Darum noch einmal. Du gehst hier. Ich bin jetzt hier richtig. Wahnsinn. Sau, schau. Haar, jetzt hier. Brennnessel-Natur hier. Bis auf den Grün. Ja. Urwald. Warte, da ist auch gerecht. ich hab davon immer nix gegeben alles gibt es schon so das muss eigentlich sein hier ich bin auch schon mal da gewissen da hat er sein Holz gemacht das sollte man schon mit unten schauen das ist doch drin gibt es ja nicht ich finde das einfach schütz 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 schütz